Musik Wir befinden uns hier im wunderschönen Heiligenhafen an der Ostsee in Schleswig-Holstein und gerade sitzend hier im Beach Motel in Heiligenhafen. Musik Wir fanden es war Zeit für ein Produkt, was entspannter ist, was lockerer ist. Wo man eben auch mit einer Shorts und Flip-Flops und zu Fuß, barfuß mit Sand an den Füßen ins Haus kommen kann, ohne sich irgendwie unwohl zu fühlen. Musik Ich und mein Architekt sind nach Amerika geflogen und haben wirklich geschaut, so von Key West bis Cape Cod, wie sieht eigentlich die amerikanische Architektur aus, sowohl von außen als auch von innen. Und kam dann eben auf diesen Holzlook, die außenliegenden Balkone, die sich absetzen, Veranden, außenliegende Treppen. Und da kam dann die Idee eben vom Beach Motel auch diesen Look außen zu haben und dann auch im Vintage-Look das nach innen zu klappen. Das heißt also, wie kann es cool aussehen, aber eben nicht zu neu alles. Musik Und es ist natürlich so, dass wenn man etwas baut, dass man schaut, dass man auch die richtigen Partner an der Seite hat und auch die richtigen Gewerke und auch die richtigen Produkte. Und was das Thema Türen angeht, war es uns wichtig, dass auch dieser Vintage-Charakter, den wir ja haben in den Beach Motels, dass der auch in den Produkten da rauskommt. Und da ist es so, dass wir uns erst den Boden ausgesucht haben. Da war es so, dass wir uns für ein Vinyl, also eine Planke, eine Holzoptik-Planke ausgesucht haben aufgrund der Langlebigkeit. Und es war halt so, dass das Beach Motel schon auch langlebig sein sollte. Und die sind auch heute von dem Produkt her einfach so gut und auch schon 2013 schon so gut gewesen, dass wir gesagt haben, okay, die sind langlebig und trotzdem haben sie eine gute Optik. Und was die Türen angeht, da haben wir einen Anbieter gesucht und wirklich lange gesucht, aber dann den richtigen gefunden, der auch diesen Look hat und wo das Holz, also diese Holzoptik auch echt wirkt. Und eben auch so ein bisschen dieser Vintage-Look rauskommt, dass es eben kein brandneues Holz ist, sondern die Maserung so wirkte, als ob diese Türen schon gealtet sind. Und wir haben wirklich dann, als wir es ausgesucht haben, die Bodenplanke neben den Holzoptiken gewählt, der Türen. Und gemerkt, Mensch, das ist der Anbieter, der das einfach am sinnvollsten macht. Im Bereich der Hotellerie ist Individualität Trumpf. Wichtig ist häufig, dass die Funktionalitäten der Türen, egal ob es sich um Brand-, Rausch- oder Schallschutztüren handelt, eigentlich optisch nicht erkennbar sind. Die Funktionalität ordnet sich der Optik der Türen unter. Aufgrund des umfangreichen Produktsortiments bei GELFEN haben wir für alle Hotelarten, vom Ein-Sterne- bis zum Fünf-Sterne-Hotel, für alle Anforderungen eine Lösung. Und als wir uns dann für GELFEN entschieden haben, war es halt so, dass wir wirklich unterschiedliche Anbieter ausgesucht haben und gegengecheckt haben. Und GELFEN hatte meiner Meinung nach einfach das beste Produkt, was einfach zu unserem Produkt auch passte. Und es war eben nicht nur die Optik, sondern es war auch die Preis-Leistung. Wir hatten eine wirklich wertige Tür, ein wertiges Produkt, mit dem richtigen Belag drauf, also mit der richtigen Optik und haben auch ein Musterzimmer gebaut, sogar in dem Musterzimmer mal geschlafen, um eben auch Schallschutz auszuprobieren. Das Zimmermädchen ist durchgegangen, wie lassen sich die Oberflächen waschen und putzen und reinigen. Und da war es so, dass wir dann gemerkt haben, das ist ein sehr gutes Produkt, was genau das erfüllt, was wir als Bauherr so brauchten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020